Hallo, mein Name ist Eckert Hofmann. Für mich stellt das Aquarellmalen auf Leinwand eine interessante Alternative zu der Malerei auf Papier dar. Zur Verfügung stehenden Materialien sind durchgängig für das Malen von Aquarell auf Leinwand konzipiert. Ich darf ihn einsetzen. Das Auftragen kann sowohl mit einem Pinsel als auch mit der Spachtel erfolgen. Grund mit einem Klecks Aquarellfarbe und erziele damit einen farbigen Untergrund, den ich in meine weitere Bildgestaltung einbeziehe. Am Beispiel dieser Blumenkomposition Als Vorbereitung auf den Malvorgang fülle ich eine kleine Menge Aquafix in ein Näpfchen ein. Damit die Aquarelle auf Leinwand eine absolute Farbbrillianz erhalten wird, wird als Malzusatz Aquafix benötigt. Dies ist der wichtigste Schritt bei der Aquarellmalerei auf Leinwand. Mein Farbauftrag läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Wasser, Farbauaufnahme, Eintauchen in Aquafix, Malen. Ein Zusatzstoff, der zu interessanten Farbverläufen führt, ist das Effektspray. Mit der Namensgebung ist eigentlich schon alles über die Wirkungsweise gesagt. Der Farbfilm wird punktförmig aufgelistet. Flächen und Linien werden verstärkt. Mit Effektspray strukturiert. Überflüssige Wassermengen werden abgedupft. Einige Spritzer mit dem Borstenpinsel aufgesprüht. Noch mal zur Wiederholung. Diese Furniss-Schicht festigt die Aquarellfarbe noch zusätzlich und überzieht das Bild mit einem Schutzfilm. Legen Sie dazu die Leinwand auf eine Großfläche. Im Überblick sehen Sie noch einmal die Produktpalette, die Sie beim Aquarellmalen einsetzen können, eingerahmt von einigen ausdrucksstarken Aquarellen auf Leinwand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017